Demnächst Dublin, aber das wusste Julia noch nicht. Sie grinsten beide und umarmten sich. Niki versuchte, ihr schlechtes Gewissen zu ignorieren. Seit Julias kleiner Sohn auf der Welt war, hatten sich die beiden kaum gesehen. »Ich brauche dringend einen Kaffee«, sagte Julia. »Ich auch. Na, dann los.« Julia hatte tiefe Ringe unter den Augen und ihr lockiger, kastanienfarbener Haarschopf wirkte noch chaotischer als sonst. »Schlechte Nacht gehabt«, erkundigte sich Niki mitfühlend. Sie blickte in den Kinderwagen. Auf weiche Kissen gebettet schlief der kleine Emil friedlich. Er sah wie ein Engel aus. »Ja, tagsüber macht er immer wieder Nickerchen, und dann will er nachts nicht mehr so viel schlafen. Irgendwie habe ich das noch nicht so richtig in den Griff bekommen.« Julia klang müde und sah abgekämpft aus, aber der Blick, mit dem sie ihren kleinen Jungen betrachtete, war voller Liebe und Wärme. Aber weißt du, was ich unglaublich mag? Den Geruch. Diesen einmaligen, süßen, frisch gebadeten Babygeruch. Emil lächelte im Schlaf. Niki spürte einen leisen Stich in der Brust. War sie etwa neidisch? Nein, natürlich nicht. Niemals. Sie hatte einen Job mit tollen Chancen und einen sexy Boyfriend mit einer strahlenden Zukunft. Was wollte sie mehr? »Du schaffst das schon«, beruhigte Niki sie. »Leider kann ich nicht mit guten Tipps dienen. Meine Babyerfahrung ist praktisch nicht vorhanden.« »Dafür sammelst du Berufserfahrung. Und ich wechsle Windeln.« Sie hatten das kleine Café erreicht. Bereits draußen auf dem Bürgersteig umschmeichelte der aromatische Duft frisch gemahlener Bohnen Nikis Nase. »Was möchtest du? Ich bring dir einen mit.« »Danke. Einen Meppel Mocha Latte, bitte.« Emil gluckste, Julia schaukelte den Kinderwagen und machte leise gurrende Geräusche. Niki eilte ins »Coffee is Love«, um die heiß ersehnten Getränke zu besorgen. Glücklicherweise waren nur zwei Leute vor ihr in der Schlange. Sie hatte bisher einfach keine Zeit gehabt, eine Familie zu gründen, erst das Abitur, dann ein Studium in Medien- und Eventmanagement, anschließend mehrere schlecht bis gar nicht bezahlte Praktika, danach einige Jobs in kleinen Start-ups und jetzt diese Stelle in einer richtig großen Agentur. »Das Übliche?« Der Barista zeigte beim Lächeln seine Grübchen. »Ja. Und einen Meppel Mocha Latte, bitte.« Sie hatte auch nie den richtigen Mann gefunden. Keine Zeit, auch dafür nicht. Während des Studiums hatte es ein oder zwei kurze Episoden gegeben. Danach war sie ein paar Mal ausgegangen und hatte gelernt, dass es nicht ratsam war, eine Romance am Arbeitsplatz zu beginnen. Aber es hatte nie so wirklich gefunkt. So, ich habe gesagt, grünen пор Sicht. Dr. Anne Wilken – Es ist aufmerksam Wie gesagt in der embarrassment, nochmals erwartet einenmiyorumsten Bartsch. Vielen Dank.